Aber Lena. Ja, davon konnte ich ja nix. Es war göttliche Fügung dafür, dass ich in der Runde Traitor wurde, nachdem du mich so herzlos umgebracht hast. Ja, und killen konntest du ihn trotzdem, ne? Ne. Was für ne Map ist das, Mann? Wiss ich nicht. Ja, die ist neu. Die ist wirklich neu. Ich bin auch gar nicht auf der Map drauf. Ich lade noch. Ist das ein Teleporter, Lena? Nö. Nö. Aber sieht cool aus. Der Kunden. Ja, vor allem, manche Wände sehen so aus, als wären da Fallen drin. Ich wär vorsichtig. Du siehst aus, als wäre da eine Falle drin. Oh, 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 oh. Weißt du das, Lena? Ich bin gespickt mit Fallen. Hier ist ein Trapp. Ach, in dir sind Fallen drin. Bist du in einer Trapp? Ja. Nö, nicht die Cake ist allein, der Nolan ist allein. Oh, das ist eine Tür. Das Kotzen, Mann. Cool. Anna, ich hab Anna gefunden. Ja, Anna ist aber auch. Ja, ich fadde eben auch. Ah klar. Die macht sicher nicht Spectator, so wie Koka. Faktator. Das ist groß, scheint die nicht zu sein, die bleibt, oder? Ich bin ein decker Diktator. Hier fliegt irgendwie so ein magisches Buch oder sowas. Nö, hab ich auch schon gesehen. Oh, hier ist ein Nolan. Hallo Nolan. Ja. Moin Flo. Stirb hoch. Hoch. Hier geht's auch noch runter. Hier geht's auch noch runter. Oh, das Licht von den Fackeln ist noch schlimmer als sonst. Äh, für dein Motion Signals. Ja. Wie soll man denn da hochkommen, Lena? Wo hoch? Da, über dir. Das sind Waffen. Äh, was ist das hier? Wenn du mich jetzt nicht abschießt? Ne, will ich nicht, dass Marcel hinter dir. Ja, den Saft, ja. Äh. Loll. Loll. Alter, what the fuck? Wer von euch war das? Loll. Marcel war's. Äh, kurz zur Anmerkung, ich war's tatsächlich nicht. Ja, kann ich ja nichts dafür, du standst da. Ja, das war richtig unlockig. Nein, 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 ich will's doch ausprobieren. Ui. Ui. Für den Fehler deines Twitter-Kollegen kann ich jetzt nichts, Marcel. Ja, das ist absolut richtig. Tut mir leid. Was soll das auch? Übrigens, ihr müsst nur noch Anna killen. Ne? Was ist das für ne Map? Die ist cool designt. Wer will mich killen? Arztek schreien. WTF? Da sind Fallen. WTF? WTF? Geh weg mit deinem Ding! Mach. Ja, Roman, werd ich keinen ins... Und jetzt nochmal, Marcel, hör auf mich zu blamen dafür, dass dein Twitter-Kollegen Fehler macht. Echtmal, blem lieber... Ich hab mich ja nicht geblamed, ich sagte nur, dass ich es nicht war. Ist doch vollkommen wurscht. Äh. Du bist Twitter gewesen. Das ist richtig, aber ich war's nicht. Ja, ist doch vollkommen egal. Wie gesagt, dann blem deinen Twitter-Kollegen dafür und ich mich. Echtmal, blem mich. Habe ich doch quasi. Siehst du, Nolan, so komm... Warte, du kannst es gerade gar nicht sehen. Da kommt man nicht hoch. Nicht hier hoch. Ist echt cool. Von der Seite aber. Ist ja cool. Okay, hier war ich jetzt auch nicht. Ich fand's auf jeden Fall nicht geil. Und ich sollte mal hier aber weggehen hier. Direkt weggesniped zu werden. Was hat das jetzt mit diesen Büchern auf sich? Hier gibt's mehr Bücher, ja? Keine Ahnung. Mhm. Was, Bücher? Bücher, ja. Bücher. 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 B-Ü-S-C-H-A. Bücher? Schatzi, das sind Bücher. Ja. Hier war ich grad Schatzi. What the fuck? Hallo. Pass schon, wie sauer ist hier der Map, ne? Schatzi, Spatzi. Schatzi. Ja, hier ist auch so ein Buch. Also, Lena, hier komm ich nicht hoch. Hier ist, äh, Marcel. Ich zeig. Nein. Ja, Flo. Oh, da ist Lena. Ich höre Schüsse. Hier. Da. Hast du dieses Ding drauf? Hier? Ja, weil ich so gut hüpfen kann. Ich, äh, lass das lieber. Aua. Hey, Nolan. Ich hab den Hebel aktiviert. Was passiert? Ich war nie bei dir, Flo. Doch, ich hab dich gesehen. Ich seh nix, was passiert. Ich bin bei Lena. Ah. Wer ist dann das hier? Ich hab immer noch den Zora-Skin drauf, Flo. Ja. Zwei Thüringer. Kann mal jemand zu mir kommen? Ich würd gern was austesten. Äh, nein. Sicher. Bitte. Lena, bleib mal stehen. Ich bin doch lieb. Oh Gott. Wo bist du denn, Koga? Ja. Äh, keine Ahnung, wie ich das beschreiben soll. Irgendwo. Ja, das ist dann ein Problem. Oh cool. Ja, nur, nur Lena. Oh, du bist, äh, in dem Schatten warst du gerade. Komm mal bitte zu mir. Nein. Komm mal bitte. Nein. Nichts schlimmer. Nein. Jetzt komm schon. Nein. Koga, du könntest kaum dubioser sein. Außer du würdest in einem großen Ven mit Besitzungswiesigkeiten anbieten. Bitte, Lena? Wir hatten ja jetzt dieses Magic-Seal geprobt. Ich habe einen Diamanten gefunden und habe ihn überall ausprobiert, wo es Sinn macht. Jetzt habe ich ein Messer. Du hast jetzt ein Messer. Wow. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber das ist nicht, äh, verdächtig, was du da gemacht hast. So, hallo, wie immer alle weg, dankeschön. Ey, das sind viele Leute, die... Der Vogel hat gerade eine Tülle aufgemacht. Der Vogel. Er hat das Buch kaputt gemacht, glaube ich. Nein, ich habe ein Diamant gegen das Buch gedrückt und dann... So, ich dachte, du hast das Buch kaputt gemacht. Nein, das ist noch da, bloß woanders. Disco. Ach du, Disco. Das weiß ich nicht. Koga? Ja, bitte? Ich meinte, du könntest kaum dubioser wirken, außer du würdest in einem großen, weißen Van sitzen und Süßigkeiten anbieten. Oh, das ist ja toll. Das war schon was. Das probieren. Ja, Lena, komm mal mit. Ich bin geschwein. Ach, warum tu ich mir das an? Stell dich mal hier rein, bitte. Stell du dich da rein. Stell du, du kannst da rein. Stell du, du kannst da rein. Ich habe jemanden reingehört. Ja. Was passiert? Also, es ist auf jeden Fall jemand abgeknallt. Da ist jemand gestorben. Okay, Koga lebt noch dahinter. Und zwar der Flo. Ja, irgendwie schon. Oh, und ist grün. Okay, Marcel ist es dann. Marcel ist mit Flo gegangen. Ich nicht. Ich habe leider nichts gesehen. Machst du auch wieder auf? Hier ist Koga. Ich kann mich als Traitor hier äh... Mit Traitor kannst du solche Stacheln draus machen. Hat jemand, äh... Thüringer, du willst da doch bestimmt auch rein, oder? Hier ist noch so ein Buch. Thüringer? Hä, was? Du willst da doch bestimmt auch rein, oder? Ja, ich will erstmal an die... Äh, Anna? Achso. Ja? Wo liegt Flo? Hier ist... In so einem grünen Gang. Ich habe nämlich, äh, Marcel jetzt gekillt als Traitor. Grüner Gang. Also in... Thüringer wird doch schon nicht dreimal hintereinander Traitor sein, oder? Grüne Gang. Nicht, dass es nicht schon passiert wäre, aber... Wo ist denn Flo? Ich muss dir jetzt vertrauen, Anna, ne? Also... Koga und ich sind übrigens proven durch den Traitor-Tester hier auf der Map. Irgendwo hier. Wo ist denn ein Traitor-Tester? Der ist aber kein grüner Gang. Im Keller. Das ist kein Traitor-Tester, oder? Doch. Irgendwo hier war... Also auf jeden Fall kann... Als Traitor kannst du da Stacheln. Da ist Thüringer. Und der Vogel. Ich geh da nicht nochmal ran. Aber... Oh. Ich wusste... Du... Eigentlich hättest du mich kehlen können? Du bist schon wieder Traitor? Ja, ne. Ich war ja die Runde davor Traitor. Da hab ich das ausprobiert. Ah. Ja. Aber trotzdem ist es auch ein Traitor-Tester. Also... Okay. Flo, lebt ihr jetzt übrigens wieder? Weil ich bin Survival, deshalb Flo wiederbelebt. Okay, nice. 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 Fand ich recht damit, dass Marcel sich gekillt hat? Nice. Ja. Gut. Herzlich Willkommen in unseren Reihen, Flo. Schatzi. Du bist das netteste Begrüßungsgericht. Er ist hier. Gute Zwischenfrage. Ja. Von mir in der Nähe. Bitte was? Oh, eine gute Zwischenfrage. Ist das schon ne neue Runde dran? Nein, wieso? Ah, okay. Ich hab Flo wiederbelebt als Survivalist. Ich hab übrigens das Buch gebrochen. Ja. Hat da grad jemand von euch geschrien? Nein. GNT. Ja. Okay. Thuringer? Ja. Okay. Oh. Jetzt ist doch grad was explodiert, oder? Ja. Ja, das war das TRT, was ich hier in der Hand hatte. Oh. Ja. Jonathan ist bei mir. Ich bin zu weit, aber... Ich hab's... 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 Demenz. Sonst dürfte Flo definitiv nicht mehr leben. Denn was? Ja, außer du wärst Traitor und hättest Flo als Traitor wiederbelebt. Du hättest auch Flo normal wiederbeleben können und sagen, dass du so weit Willis bist. Damit Flo dir jetzt vertraut. Genau. Deswegen hab ich auch Marcel als Traitor gekillt, ne? Kann man als Normaler auch wiederbeleben. Also eigentlich am wahrscheinlichsten ist doch dann jetzt Anna. Warum? Was ist mit Thüringer? Ja, das Problem. Er stand da, als ich im Traitor-Tester war und hat mich nicht umgebracht und dreimal hintereinander ist so unwahrscheinlich. Ja, bei Anna hat mir angesagt, dass Flo gestorben ist, sodass ich Marcel killen konnte. Oder hat mir angesagt, wo Flo's Leiche liegt, damit ich Flo wiederbeleben konnte. Und bei Flo hätte ich das auch nochmal im Traitor-Tester machen können. Ich bin immer noch safe. Schnöden. Außerdem würde sich doch dann irgendwie anders beschweren, dass er survival ist. Ja, das stimmt. Was ist das hier? Außer, Flo war survivalist, ist dann getötet worden und als Traitor wiederbelebt worden. Dann würde ich aber sagen, dass ich survivalist bin. Ne, ich hab ihn mit dem Traitor-Tester schon... Oder Marcel war survivalist und wurde umgebracht und als Traitor markiert. Schießt du auf mich? Flo schießt auf mich! Oh mein Gott, der Krupp hast du dich und meint, hat er gestorben. Ja, ich hab auf dich geschossen, weil ich mir sehr sicher war. Ja, aber ich hab nichts gesagt und nichts gemacht, so hat er Verdacht geschossen. Wieso hast du nach einer neuen Runde gefragt, Marcel? Ja, du schießt auf mich, nachdem ich mich gewehrt habe. Nach einer Runde anfangen, weil ich ja froh war. Wie Lena mir am distrusten ist, ey. Ich war mir nur sehr sicher, wer es alles nicht war und dann dachte ich mir, aus dem Ausschlussverfahren, dass du es nur sein kannst. Ja, deswegen kam ich eigentlich auch auf Anna. Das war halt einfach nur Ausschlussverfahren. Ich kam auch auf Anna, aber hab die ganze Zeit Beweise vorlegen wollen, dass Nolan die Lügen ist, ist klar. Ich hab nichts gegen dich gesagt, Nolan. Nee, nicht du, Lena. Nee, ich hab einfach, ich fand die Mindgames jetzt lustig. Tja. Ich hätte dich auch nicht abgeschossen, Nolan. Ich verweilte nicht. Tja. Weißt du, mehr Innocent Play wie jetzt, letzte Runde konnte ich niemals machen, ne? Und trotzdem. Ja, also, hm, ne? Fuck you. Mir fällt das nur ein, dass man das ja so hätte machen können. Ja, aber so viele Credits hast du... What the fuck? Gar nicht. Matze ist gerade gespießt, Gen? An der Twitter-Falle. Oh, ja. Oh. Ich will wissen, wie das aussieht. Das hat böse ausgesehen. Das Ding ist, wir sind alle die Haare priegel. Ich bin survivalist. Das heißt, je hätte das sein können. Wo denn? Magic Sealer hat's been broken. Wer macht das? Der Zuhänger wieder. Was ist unbroken? Hast du das unten mal gemacht? Ja. Da ist ein Newton-Launcher. Oh. They were stabbed and cut before quickly bleeding to death. Okay. Okay, ich glaube, das Ding ist super useless. Schönes Match geworden. Der Newton-Launcher? Ja. Der macht, glaube ich, nicht viel Schaden. Du kannst mit Leuten schieben. Du darfst nicht mal abschießen. Du kannst mit Leuten rumschieben, also von... Kanker Shit. Ja, der macht nur sechs Schaden, aber du... Aber du kannst halt zum Beispiel auf Rooftops zum Beispiel, damit Leute meilenweit runterschießen. Marcel, du bist survivalist, gell? Ja. Kannst du dich in Defibrillator holen und den Koker wiederbeleben? Ähm, eventuell habe ich meine Credits schon ausgegeben. Hm. Ja, ich dachte, man hat mehr. Ich habe vergessen. Nein, man hat nur einen. Ja. Außer du bist ein Crater. Nein, ich habe gerade eben, als ich Marcel getötet habe, keinen Credits dafür bekommen. Oh. Das ist super. I'm sorry, ich habe mir das fecken Scherz gekauft. Ah, well. Da ist jemand Egoist. Warte mal, hier rüber kommt man auch. Da frage ich mich jetzt, wie man da hinkommt. Probier's aus. Glaube nicht. Mutprobleme nach 5 Euro. Wenn ich's mache 5 Euro, oder wenn ich's schaffe? Wenn du's schaffst. Was willst du machen? Ne, das ist mir Ego. Wenn du's machst. Ja, ich mach's 5 Euro. Und los. Wenn du's machst. Rede auch. Bei Paypal, ja? Okay, mach ich wirklich. Wie soll man das schaffen, Alter? Was willst du machen? Darüber springen? Oh Gott, nee. Wo ist der andere Diamant? Da kann ich nicht gucken. Ne? Oh mein Gott. Ich hab's geschafft. Nice. Was, hast du es geschafft? Ja, ich hab's geschafft. Das muss ich mir angucken. Es war 5 Euro per Paypal. Und dann löscht du zurück und stirbst. Wahrscheinlich. Wo bist du rübergeschraubt? Oh. 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 Und dann auf einmal kommst du in die Ecke. Flo, kannst du nicht gewesen sein? Der hat nicht in die Richtung geguckt. Also Thüringer war bei mir. Und Flo hatte in die falsche Richtung geguckt. Thüringer und ich waren... Ich hab halt nicht mal gesehen, ob dort jemand drunter stand. Also ich weiß nicht, wo die Hand dort sein soll, aber... Thüringer und ich waren beide bei Kuckers Leiche in der Nähe. Okay, wer lebt noch? Anna, aber die ist... Ich weiß nicht, wie viel ich hier wegkommen soll. LOL. LOL. Aber hat sie sich selbst umgebracht? Dann hat Anna auch die Hand, die Falle gezogen. wo Kucka zu killen. Das ist gut möglich. Ähm, ich hab jetzt aber einen Credit bekommen. Nein, nein. Kucka nochmal. Interessant, ich nämlich nicht. Ich will jetzt einfach mal behaupten, Lena ist tot. Lena. Der Weg zurück, man ist so einfach wie hin. Lena, bist du tot? Ja. Das darfst du gar nicht sagen, du Idiot. Ich weiß, ich bin runtergesprungen. Okay, das ist Marcel. Das ist so. Ey, was lebt sich das noch, oder? Thüringer? Thüringer? Ja? Wenn du nicht Traitor bist, dann ist es Flo. Okay. Weil ich nicht bin. Ja, wow. Ja, wow. Flo ist es auch nicht. Sicher? Keine Ahnung, aber das ist so eine These. Ich kann jeder sagen, dass er nicht Traitor ist. Was war das für ein Piepsen? Ja, wir werden mit dem Gucker jetzt wieder. Obwohl, Flo kann doch einfach in einen Traitor-Tester rein. Hier, danke schön. Okay, Flo ist es. Ist das dein Ernst jetzt? Ist mir da jetzt auch noch Eis gerade reingelaufen? Das ist natürlich super. Also, so viel kann ich auch nicht wieder belegen jetzt. Oh, sorry, sorry, sorry. Ah, ich dachte, du wärst... Flo. Nee, ich wollte von der anderen Seite reinkommen. Vielleicht wäre er ja da gewesen, aber... Aber nee. Aber ja, aber nee, aber ja, aber nee, aber nee, aber ja. Sag mal, Flo, wo steckst du? Wow, ey, er ist es wieder da. Ah, cool. Viel Spaß. So. Oh Gott, das gefällt mir alles nicht. Lebt nur noch ich jetzt, oder was? Ihr könnt auch miteinander reden, ne? Ja, so ist es nicht, wenn ihr jetzt noch beide lebt. Ach, weiß. Ach, weiß. Hm, schön, ne? Finde ich auch. Fuck. Aber das war so gut. Du vernebst sie... Oder ihn wieder. Es war einfach zu verlockend. Ich bin auch voll erschrocken, als ich ihn damit getötet habe. Ich habe dabei gerechnet. Und dann bin ich halt erschrocken, als ich mich selbst damit getötet... Also mit dem anderen getötet habe. Aber ich wusste, dass der Stein da runterkommt. Ich habe mir gedacht, ich kaufe schon mal einen Defibrillator, als ich gesehen habe, dass du dich damit umbringst. Dann... Dann, nachdem klar war, dass ich Traitor bin, bin ich halt einfach hin und habe dich wiederbelebt. Weil, selbst wenn mich jemand gesehen hätte, es war ja eh schon raus. Und den Diamant gibt es jetzt bei unterschiedlichen Stellen. Ja, ich habe noch gar keinen gesehen. Auch nicht. Die eine liegt immer an der selben Stelle. Oh, ich bin Survivalist. Oh, ich bin auch mal wieder innocent. Sicher. Was habe ich denn für Waffen? Ach, Gott. Wieder da. Ach, Gott. Haben die Traitors... Haben die Traitors geschafft? Ja. Sehr schön. Sehr schön. Ich habe mich extra gekillt in der Falle, tatsächlich. Nicht so. Weil ich nicht fand, dass die Innozenten das die Runde verdient hatten, zu gewinnen. Okay. Weil ich mich mit der Wette umgebracht habe. Nee, weil ich nicht davon ausgegangen bin, Lette, dass Anna sich mit der Falle selber gekillt hat. Ach, das ist der Diamant. Sondern, dass Flo sich mit der Falle ausgelöst hat. Anna hat einfach damit aufgegangen. Aber du kannst dich immer davon ausgehen, dass ich sowas selbst mache. Ja, bin ich aber nicht. Und deswegen musste der zweite Traitor dann da sein. Aber Thuringer wollte mir einfach nicht vertrauen. Deswegen doch schon so, okay. Dann nehme ich mich halt selber aus dem Spiel. Aber sie hat sich selbst umgebracht. Ja, hat sie. Legit. Okay. Falscher Schluss, aber richtige Schlussfolgerungen. Äh, nee, andersrum. Richtiger Schluss, aber falsche Schlussfolgerungen. Okay. Ach, Gott. Wieso gibt es denn nur noch so ranzoomende AKs? Zu was? Ich suche eine Waffe, die nicht ranzoomt, wenn ich rechtsklick. Warum sagt er nicht? Die ist doch cool. Hast du nicht gesehen? Ich nehme einfach die M16. Die zoomt nicht. Heißt du gerade, ich habe ihn ignoriert. Was ist los, Marcel? Du gehst mich. Hey, sag mal AKs. Hey, wer schießt du? Flo, nee, warte, gar nicht. Hey, ich bin im Ende. Nee, warte, ich habe mich verguckt. Ich bin auf 36. Ich habe mich verguckt, Alter. Wie viel hast du noch? 36. Ich habe vier, Mann. Wer ist denn jetzt schon alles tot? Ist Flo? Ja. Wer ist jetzt angeschossen? Marcel ist auch. Ich weiß nicht, welcher Skin das war. Ja. Ich habe niemanden angeschossen. Aber wenn es Kroka gewesen wäre, müsste Marcel jetzt auch gewesen sein, was der war bei Kroka. Ja, Marcel ist grounded. Ja, aber ich bin hier langgelaufen und wurde angeschossen, weil die da wie die Behinderten geschossen haben. Ja, und was ist denn mit Thüringer? Also ich wurde hier angeschossen, als ich hier stand. Es kam von unten auf jeden Fall, da wo du herkommst. Mhm. Nicht, es kam von fucking unten. Oh, sorry. Müssen wir uns hier vorbeiquetschen? Ach, Alter. Terminmore, Terminmore. Was ist mir jetzt eigentlich mit dem Diamant passiert? Keine Ahnung. Fluringer hat den schon an das Buch gehalten, wenn sich das besser rollt. Lebt Flo eigentlich noch? Ja, ja. Ich hätte das da unten. Flo war es nicht, also. Ja, nee, ich wollte mal wissen, ob Flo generell auch lebt. Ja, der rennt auch rum. Ich bin auch hier. Also es müsste Thüringer oder Flo gewesen sein, oder? Also ich habe nur mal gesehen, wie er dann in der Welt war, wo er schon, äh, jo. Ich habe es mich nur gesehen, wie ich angeschossen wurde, weil ich nicht geschossen habe. Achtung, Thüringer, geradeaus war Koka. Ja, das war Koka auf jeden Fall, dann. Leckt mich am Arsch. Nee, ich habe nicht geschossen. Der hat wirklich geschossen. Er ist weggelaufen und hat, ist, hascht, ein bisschen. Ja, wer hat mich dann von dort an geschossen? Das waren nur zwei Tage. Ja, aber wenn der Thüringer auf Matze geschossen hat, dann hat er vielleicht auch auf dich geschossen. Ich weiß ja, wo Thüringer war. Ja, auf diesem Altar. Da, wo jetzt überall Blutspritzer sind. Wo du gerade hinläufst. Ich habe mich gerade hinten auf. Oh mein Gott. Flo war's. Hä? Flo, du hast die Falle ausgelöst, unter der ich gerade stand. Wo ist Flo? Er ist bei mir. Ja. Ja, aber du könntest genauso gut sein wie ich und hast es einfach selbst gemacht. Ja. Bitteschön. New it. Der hat mich straight up angeguckt, während diese Falle ausgelöst wurde. Und ja, und ich habe Flo gekillt. Ja. Wer ist denn da hinten? Das ist Marcel. Ah. Du bist jetzt Mann von Thüringer? Das wusste ich jetzt auch noch nicht, aber sie hat mich nicht mehr drauf. Ich verstecke mich von Thüringer. Und Thüringer versteckt dich von dir? Nein. So, ich werde, ja. Kannst du mich kurz abcovern? Moment, ich würde dir, achso, okay, genau, das gleiche hatte ich auch vor. Ja. Ich wollte die Leiche entsorgen. Anna bei mir. Anna ist nicht mehr hinter uns, das heißt, von hinten werden wir nicht erschossen. Anna ist da oben. Ja, ich bin bei Marcel. Komm mit, Flo. Ach, Alter. Hallo. Alter. Du fällst mit deinem Skin da irgendwie gar nicht so krass auf, ne? Flo wird jetzt nicht mehr wieder überlebt, weil der liegt in Wasser hinten. Tatsächlich, äh, fällt er in die Lava, Moment. Wo, wo bin ich denn hin? Mal gucken, ob er dort Spawnsch... Ja, jetzt hast du mich abgedeckt, Anna. Wo ist, eh, es gibt hier doch noch einen Ort mit Lava. Ja, aber Marcel, äh, der Dings ist doch weg. Nee, ich hab ihn gesehen. Na, okay, da... Er sieht's ja nicht so aus. Würde ich nicht freiwillig unter der Falle stehen, ne? Ah. Hä? Blick ich gar nicht mehr durch. Also ich weiß, wie er aussieht. Ja. Okay. Ich weiß auch, wo Koka ist, aber ich sag's nicht. Das ist für mich vollkommen okay, solange ich mich abschießt. Ich hab halt noch keinen Grund, irgendjemand von euch anzusagen, weil ich nicht weiß, wer wär's. Letzt es halt nur, dass sowohl Thüringer liebst du noch? Ja, gerade so. Letzt es halt, dass Thüringer Marcel und Koka lowlife haben. Lena von der Falle, äh, was getroffen worden ist, von Flo, ich Flo erschossen habe. Und Anna weder Flo verteidigt hat, noch sonst sowas gemacht hat. Doch, hat sie. Hat sie. Hab ich Flo verteidigt? Ja. Echt jetzt? Du meintest, dass ich das genauso gut hätte sein können. Ja, hättest du ja auch sein können. Während ich unter der Falle stand. Ja, genau. So wie ich vorher mich auch selbst getötet habe. Wie die Thüringer. Bitte? Wurde jetzt im selben Zeitpunkt angeschossen. Wen hast du geschossen, Koka? Ja, random. Thüringer? Random geradeaus. Bitte? Okay. Anna? Ja. Also, ich stelle jetzt runtergelegt. Lena? Ich kann, ja. Okay. Hä? Alter, wow. Ich dachte gerade, du hast dich weggeportet. Ich drehe mich für einen Moment. Oh, du spannst dich, wer da? Anna, geh mal weg von mir, ne? Guck mal ein bisschen in die andere Richtung, damit ich durchgehen kann. Geh mal weg von mir, bitte. Bist du durch? Ja, okay. Wurde gucken. Ja, okay. Schwier. Ach, hallo, Koka. Was ist denn das für eine Waffe? Okay, du hast einen neuen Skin, oder, Thüringer? Ja. Ich bin trotzdem Survivalist. Also, ich habe auch einen Defi. Das wäre dann. Ich stelle wieder oben. Trau Anna nicht, die kommt mir so ein Haar. Das ist Koka, nicht Anna. Aber ist okay. Sehen so ähnlich aus. Ja, richtig. Nee, nicht ganz. Koka ist lila, Anna ist pink. Das ist fast... Koka hat die Konsole geöffnet. Hä? Er hat gesagt, dass das Öffnen seiner Konsole auf dem 3D-Pointer liegt und er hat gerade sie losgedreide-pointet. Nee, ich habe geguckt, welchen Skin ich habe. Gott. Ja, das ist so, Mati. Ich weiß gar nicht, welchen Skin ich habe. Ach, ja. Ich haußerlich habe ich ein Bikini an. Bikini, Schmikini. Ich gehe durch diese Tür wirklich nicht gerne durch. Ja, verstehe ich. Hallo. Lol. Hallo. Koka? Ja, bitte. Okay. Wollte nur, dass du noch lebst. Ich habe übrigens da oben wieder ein Errorzeichen. Koka? Turinga, du bist bei mir wieder ein Errorzeichen. Ja, warum bin ich immer bei dir ein Errorzeichen? Keine Ahnung. Ja, bestimmt auch. Ja, sehr unauffällig. Ich glaube, das ist nur gut. Glaube ich auch. Alter! Oh, ich bin in die Lava gefallen. Okay, er schlägt noch. Habe ich lex auf den Momentan gerade? Wo er schießt? Ja. Ja, guck. Äh, er ist es. Was ist ein Baby? Anna, ist es? Wo flog ein Baby? Da drinne ist ein Baby geflogen. Kommt ein Baby geflogen hin. Anna, ist es. Anna hat Turinga gekält und die Falle wieder oben aktiviert. Alles klar, let's go, Anna. Ich wurde angeschossen von hinten. Let's go, Anna. Äh, das ist gemein. Meine Mutti ist alt. Wie fies. Sehr schön. Sehr schön. Wer hat denn jetzt eigentlich mich und Turinga angeschossen? Ich nicht. Also, ich hab, äh, den Vogel angeschossen. Also, Turinga. Dann hat Matze gedacht, er wurde angeschossen und hat jemand anderen für mich angeschossen. Das war eigentlich voll toll. Ich hab mich angeschossen. Also, auf jeden Fall hat sich irgendjemand gegenseitig angeschossen und, äh, ja. Deswegen hat Anna auch wieder Flo verteidigt. Das stimmt nicht. Ich hab das wirklich gemacht, weil ich mich davor selbst mit der Falle umgebracht hab. Aus dem war das eine Selbstverteidigung und nicht mich verteidigen. Ne, ich hab ja nix gemacht zu dem. Ja, ne, dass du gesagt hast, dass du dich auch selbst umgebracht hast, war ja eine Selbstverteidigung. Ja. Gut. Ja. Guck mal, können wir nur über die prozentuale Chance reden, dass ich Traitor werde? Die ist mir grad zu niedrig. Die ist dir zu niedrig. Ja. Ich bin schon wieder in der Zeit. Seit wir angefangen haben, war ich zweimal Traitor. Ich bin mit dem Dino rum. Du musst gleich eigentlich auch den Traitor-Tresser und ich drehe zweimal hintereinander. Beide. Ja, aber der Dino ist Marcel AfKar. Ne, oder? Schmassel? Alter, what the fuck? Hättest du vielleicht einen anderen Skin nehmen? Einer, der vielleicht nicht die Hälfte der Map einnimmt? Scheiße, das ist dann lieber hier. Ich hab mich doch grad erschossen, weil ich erschrocken bin, ne? Nur, dass du es weißt. Jetzt ist er wieder das laufende Arschloch. Was ich auch ehrlich sehen kann. Ey, das ist ein Cheatling, das ist ein sehr kleines Skin. Ja, Spider-Man find ich gut. Wie findest du Nami? Warte, warte. Bleib mal stehen. Ich bin survivalist. Weg, die Waffe weg, damit du nicht... Ja, Spider-Man seh ich. Das ist schon mal gut. Nami seh ich auch. Wunderbar. Nach den Blocken zu urteilen, eine der späteren Versionen. Keine Ahnung, das ist das, was Coca hinzugefickt hat. Wenn man One Piece sieht... Ja, ich weiß, ich kenne bisher nur bis kurz hinter der Abaste. Das siehst du aber allein schon an der Haarlänge, Lina, dass die ältere arg ist. Das stimmt. Das stimmt. Also eine der... Aber die Brüste fallen halt mehr auf. Fortschritte. Ich bin gerade... Ich bin gerade kurz hinter Allabaster. Ich war schon noch da, ja. Allabaster war doch recht am Anfang, oder? Stimmt, ich bin... Allabaster ist Allabaster, dritte oder vierte Arc. Ich bin jetzt bei Folge 100 zwischen 150 und 200. Ich habe ein bisschen einfach Lina gesehen. Das müsste ja Skypiea gewesen sein. Ja, der kommt jetzt. Okay, jetzt. Da bin ich noch nicht... Also die... Das letzte, was ich gesehen habe, ist, wie sie gerade hochfliegen. Okay. Skypiea kommt nach Allabaster. Genau. Das Skypiea, das hat ich gesehen habe bei One Piece. Oder Marcel? Du, dann kenn ich mal... Ey! Ey, sorry, das war keine Absicht. Das war Koka, das war nicht ich. Das war ich, ja. Das war ich. Okay. Hättest du dich mit deiner Shotgun auf D-Wane angeschossen, wärst du tot gewesen. Ja, nee, das war dieser Newton-Lauke. Ich wusste ja nicht, was es ist. Ich dachte, ich könnte hier solche Sachen anziehen oder irgendwas. Mitbekommen? Was habe ich mitbekommen? Dass du mal auf dein Handy gucken musst. Oh. Warum muss Lena auf ihr Handy gucken? Wenn mich jetzt abschießt. Warum muss Lena auf ihr Handy gucken? Oh, tschüssst du da. Oh nee, oh nee, oh nee, da kommt doch Dings, irgendjemand. Ich glaube, Nolan war es nicht. Ja, und Flo. Also Nolan hat mich angeguckt und ich habe Nolan angeguckt. Ja, richtig. Also weder Flo noch ich war uns. Ja, der und ich waren auch zusammen. Wir waren es auch nicht. Ja, aber wo ist er? Ist er runtergefallen? Sie schreien hier irgendwie voll schön. Ja, nein, vielleicht? Wer lebt denn noch? Zum dritten Mal. Leben tun wir alle, ne? Alle drei. Ja, aber es muss Nolan oder Flo gewesen sein. Ich will hier nicht durch. Wieso? Wir haben uns gegenseitig angeguckt. Ja, und? Ja, man muss Flo. Es ist ganz schön Flo. Ich habe nicht meine Ahnung, wo diese scheiß Hand ist. Huch. Hey. Ich war hier auf der Map noch nicht Traitor. Ich habe von keinen Händen. Nö. Ich auch nicht. Nolan oder Flo? Nolan oder Flo? Hier ist zum Beispiel zwei Stück, glaube ich. Wow. Na gut, die eine Falle. Aber Flo oben war dick. Ah, nee, das muss eigentlich schon. Ja, bei mir. Verdammt. Anna, ich bin nicht du, der sich selbst mit Fallen killt, ja? Ja, nee, aber... Und ich bin der Einzige, der von uns drei einen Schaden von der Falle bekommen hat. Ja, und? Ja, nix, ja, und? Könntest du dich ja trotzdem selber ab uns bringen? Ja, das kann... Ja, dann muss es Flo sein. Guck, wieso bist du jetzt auch mit der gleichen Frisur wie er? Außerdem habe ich gesagt, dass es Flo war. Nee, die sehen nur sehr gleich aus. Keine Ahnung. Ja, und ich gucke hauptsächlich nach Frisuren. Das ist ja aber schuldig. Die sieht man am ehesten. Aber, aber... Es kommt immer mehr nach Brüsten. Anna ist pink, angekleidet, und gucke gar nicht. Ja, aber auf die Entfernung ist das schwer zu unterscheiden. Ich habe eben nur zwei Gestalten mit den gleichen Haaren weggehen sehen. Ich warte eigentlich noch drauf, dass Nolan mich töte. Dann ist es Flo nicht, dann ist es Nolan. Hier ist, äh, was? Äh, äh, Thöringer. Ich wollte ernsthaft Marcel sagen. Was? Nein, ich würde auch niemals dich Marcel nennen. Anna, kann ich dir irgendwie helfen? Ich möchte weggehen, aber ich traue mich nicht. Nein, geh doch einfach. Ich habe auch mal gesagt, dass du mich dann erschießt. Und wenn ich rückwärtslafe, habe ich extra nicht im Wunderfall. Thöringer, warum zeigst du mit der Shotgun auf mich aus Closed Range? Ich gucke dir nur auf deine Zähne. Ja, weiter, Anna, weiter. Wunderbar, du bist weg. Herzlichen Glückwunsch, du hast es geschafft. Ich bin doch nicht ganz weg. Ja, das ist ja nicht mein Problem, oder? Ja, ja. Ich wäre dafür, dass wir Flo töten. Und wenn es Flo ist, dann töten wir Nolan. Wenn du Flo tötest, Flo ist es nicht wahr? Töte ich erst mal dich, mein Fräulein. Wenn du flötest. Ich glaube nämlich auch, dass du warst, weil du direkt... Weil du bist die einzige, die in die Richtung geguckt hat. Ah, das war Marcel, die mit der Disco ist von da vorne. Was ist die Geilen? Ich bin die Geile, Alter. So, warte. Geile Schnalle. Verdammt, das ist Nolan. Verdammt. Natürlich. Hör, Anna. Also, jetzt... Ey. Weil ich eigentlich gedacht habe, es wäre Flo... Wer hat jetzt hier Flo getötet? Ich. Anna. Ich bin aber Survivalist. Und es muss dann Nolan sein. Was ist das? Oh, mein Gott. Oh, wait. Okay. Ja, war safe Flo, wenn Flo es nicht wahr war, war es Nolan. Ihr seid zu zweit da gestanden und ich habe nur das gehört und es war sonst keiner da. Ist ja nicht so, als ob man die Handwände weiter wegmachen kann. Komplett am anderen Ende der Map mit Beschreibung sehen, welche Falle du auslöst. Oh mein Gott. Es tut mir so leid. Und ich dachte immer, hey, die kann doch kein Survivalist sein. Klar kann sie das. Deswegen habe ich es jetzt einfach schießen lassen und dachte so, scheißegal. Kann ich wenigstens eine Rauchen in Ruhe. Sherlock Holmes wäre stolz. Ey. Das tut mir wirklich, wirklich leid. Ich habe mich auch gefragt, aber... Tut mir leid. Tut mir so leid. Ne, ihr habt gerade... Also, einer von euch hat halt wirklich genau da gestanden. Ähm, wo ich gestanden habe, als ich die Falle halt auslöst. Weißt du, Flo und ich haben uns super tief in die Augen gesehen während des Zeitpunktes. Das tut mir auch wirklich leid. Ich will verweilen, dass mich zurückgeschossen hat. Marcel bei mir? Oh, das ist ein Survivalist. Was ich gekauft habe. Ich sehe das glaube ich nicht. Was ist das denn? Was ist das? Nein, Newton-Launcher. Ne, ist das eine Minigun, Marcel? Nein. Oh Gott. Ist das so aus? Können wir uns selber hochschießen? Oh ne. Ne, schade. Wir werden mir ein Disco werfen. Let's go. Scheiß, nein. Ist er tot? Ja. Ich wollte eigentlich, dass er über die Brücke fliegt. Wolltest du eigentlich, ja? Wer, wer, wer ist denn, wer war denn das Opfer? Marcel. Marcel. Das hat aber gut ausgesehen. Das sah schon geil aus. Ne, Marcel nutzt erstmal die Zeit und geht auf den Klo. Aua. Oh Mann. Was, ich unterlasse das jetzt? Na, na, war ich jetzt wieder irgendwas? Noch nicht. Oh nein, ist es. Das tut mir doch leid. Oh Mann. Flo bei mir. Hallo Flo. Hallo Lena. Hallo Koka. Hallo Lena. Hallo Flo. Wenn du mir jetzt in den Rücken schießt, fände ich das nicht so schön. Hey, hey, hey. Was war das? Oh nein. Oh nein. Oh nein. Was ist denn jetzt schon wieder passiert? Wo bist du? Da unten liegt jemand Todes. Wo? Äh, Marcel. Man landet hier in dieser Lava, wenn man das Wasser runterfällt. Ach so, okay. Ja. Und ich bin hier gerade so hochgedingst worden, deswegen bin ich gerade voll erschrocken. Ich dachte, ich fliege jetzt auch da rein. Aber du lebst noch oder nicht? Was, ich lebe nicht? Du lebst noch oder nicht? Das war meine Frage. Weil wir jetzt in der Runde schon öfter Leute hatten, die tot waren, trotzdem weiter gesprochen haben. Und deswegen war ich jetzt gerade so. Ach so, nee, nee. Ich bin noch funktionsfähig. Das war zu verlocken, jetzt Flo anzuschießen. Aber ich muss das wissen. Ähm. Was? Irgendjemand hat gerade versucht, mich zu töten, oder? Mit dem Newton-Lancer. Hast du versucht, mich zu töten, Schatzi? Nee. Mich hat jemand versucht, mich zu töten, weil ich sie gerade durchgesprintet habe. Nee, weil der... Hey, ich war gerade bei der Brücke. Wow. Hier, hier. Du Ringer. Schieß mich nicht ab. Ich erschieß jetzt keinen mehr, aber ich... Schade. Ich habe mich von Matt zu verheirren. Was denn passiert? Der ist da durchgelaufen und hat dann... Ich mag das halt, wenn du hinter mir bist, nur dann. Okay, dann gehe ich halt weiter weg. Marcel war übrigens verweivalist. Der ist da durchgelaufen und dann, als er durch war, ist dann auf einmal die Falle angegangen. Und der hat wahrscheinlich vermutet, dass ich hinterherlaufe und hat deswegen die Falle angemacht. Wenn man hier Lava liegt, dann heißt das ja, dass da oben jemand anders liegt. Aber es lebt doch so ein Peder, oder? Ich wollte sagen wir den da noch. Der liegt in der Lava unten. Ich habe den von dem Steg aus identifiziert. Wo liegt der? Sag's ihm nicht. Unten in der Lava. Der ist Survivalist. Der holt ihn. Ja, aber Marcel war Survivalist. Ja, aber Marcel kann ihn doch trotzdem als Traitor wiederbeleben. In der Lava. Ja. Ey, gut, er kann sich ja nebendran stellen. Hä? Ich würde ihn gerne erschießen. Kann man eine Survivalist zum Traitor machen? Warum fliege ich denn jetzt? Oh, ne, hier ist die Falle. Hä? Warum fliege ich denn jetzt einfach? Ey, das ist da unten. Oh Gott. Wer ist jetzt gestorben? Kroka ist gestorben. Ja, gut. Der ist jetzt bestimmt... Hinter uns. Wo denn? Da an diesem komischen... Der ist hochgeflogen. Der ist hier irgendwo hochgefloatet und hat dann gesagt, oh Gott, oh Gott, oh Gott und ist gestorben. Ja, so wie ich eben gedacht hab, dass ich sterbe und ich sterbe da nicht. Aber warum bist du denn nicht gestorben? Ich? Ich weiß nicht. Ich bin einfach auf die Oberfläche drüber gegangen. Ich weiß nicht, wo er hingeflogen ist. Okay, verwirrend. Kann nicht identifizieren. Wo... Wo liegt er denn? In der Lava wahrscheinlich, wa? Ja. Ja, ne, in der Lava könnte er... Ich gehe mal gucken, ob der oben liegt. Ich denke... Hä? Ich denke, er ist... Guck auch nicht von... ... oben runter oder nicht. Ne, er... Doch, er liegt... Er liegt, äh... ... rechts von der Ecke. Ich stehe gerade oben drüber. Könntest du identifizieren? Nein, ich stehe oben. Eben. Thuringer? Ja. Das muss schon jemand machen, der gerade unten ist. Ich springe da bestimmt nicht in die Lava, um den zu identifizieren. Man von... Kann ich auch reinwerfen. Ich weiß nicht, wo ich bin. Ich bin hier. Das ist es halt. Warte, vielleicht kriege ich ihn mit einem Magnetostick drin. Wer ist denn jetzt noch am Leben? Ey, alle außer... ... Gucka... Aber das ist auch ein Wetterfall, oder? Dass dir jemand Luft anmacht. Liebst du denn noch, Lena? Ja. Ja, ich habe auch Fallschaden bekommen. Wer hat gerade geschossen? Lena? Irgendjemand hat Lena erschossen. Wo? Hä? Wo? War doch eben gerade noch hier. Ich habe sie halt auf sie reden. Ja, wo ist sie denn gestorben? Da unten. Sie war bei der Leiche von Marcel und hat versucht, Matze da wegzudingsen. Ich bin auf dem Altar gewesen, habe es nur gehört. Aber hättest du dann nicht von oben auch schießen können? Nee. Weil ich dachte, man kann das von oben sehen, oder nicht? Ja, aber sie ist ja auf die Fläche wieder zurückgelaufen. Und als ich dann gefragt habe, lebst du noch, hat sie ja gesagt und dann hat es Boom gemacht. Ich habe keine Explosion gehört. Nolan ist da. Moin. Nee, ich meine mit Boom. Mal auf Schuss. Ich habe auch keinen Schuss gehört. Was denn, Anna? Ich weiß nicht, ich glaube, ich fühle mich bei dir wohl. Woller wie bei den anderen. Oh Gott, jetzt nicht mehr. Ich weiß halt, ich habe nur geguckt, ob da hinten jemand ist. Mehr halt nicht. Da hinten ist, äh, nicht Thüringer, sondern Thüringer. Ich habe auch ein bisschen Angst vor Thüringer, ehrlich gesagt. Thüringer, Rödinger, Otto, Odo. Alles, alles. Ich will auch nicht dazu. Oh. Ich gehe schon. Wer ist denn jetzt gerade gestorben? Ist der gerade gestorben? Hey. Irgendjemand ist gerade hier gestorben. Wo denn? Ich weiß nicht, ich habe es nur gehört. Aber ich war bei dir, Anna, währenddessen. Oh Gott. Weiß ich, ich habe hier, äh, Nolan gesehen. Ich bin jetzt raus, Nolan. Ich mag dich nicht mehr, geh weg. Geh weg. Jo, Nolan, ah, hör auf. Ah, schau. Warum geht ihr da eigentlich zu dritt in diese Kamera, wo man hochfliegen kann? Das fand ich sehr nett von euch. Ich wusste nicht, dass man da hochfliegen kann. Ja, und Leda wusste es, Leda geht auch rein. Ich habe dann erst gemerkt, ich habe es nicht ganz verstanden, wie Korka da gestorben ist. Ja, ich auch nicht. Aber da, wo Korka gestorben ist, war ich ja auch und ich bin ja lebend noch mal rausgekommen. Ich weiß nicht. Leda, hast du auch wieder lebend rausgekommen für die Sekunde? Stimmt. Ja, es ist eine solche, ich kann dort Luft anmachen. Ja. Ja, ich wollte halt nicht in die Lava, also bin ich auf den Steg gefallen, bin auf 65 HP runter und dann hat mich Nolan gewonshottet. Richtig. Danach. Weil Leda halt so, weil ich habe halt gewartet, bis sie auf die Frage von einer Antwort mit Lebst du noch? Ja, okay, ich drehe wieder rum. Warst du die Arbeit halt von Hand wieder? Ich habe mir so gedacht, ich hatte schon Rüdiger gekauft und dann verspricht sich Nolan mit Rüdiger, wahrscheinlich weil es gelesen hat, dass ich das gekauft habe. Mhm. Mhm.